Hi, ich möchte euch jetzt nochmal eine Neuerung vorstellen und zwar, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal nur für die deutschsprachigen Videos, wo ihr alle unsere Matchfishing-Masterclass-Videos findet, unsere Leidenschaft-Angeln-Videos, unsere Top-Tipps. Alles das findet ihr jetzt untereinander gereiht auf unserem Match-Angel-TV Germany oder Deutschland. Ihr braucht jetzt nicht mehr das lästige Suchen zwischen den anderssprachigen Videos, ihr habt jetzt alles untereinander und könnt da unsere neuesten Videos verfolgen. Wichtig ist, wollt ihr die neuen Infos sehen, klickt oben rechts die Glocke an und ihr erhaltet sofort eine Nachricht, wenn wir neue Videos eingestellt haben.